brandneues game von neuen entwicklern heit heißt es okay der fich wieder rauskommen in dem seite will kommen bei heit also ist ein teaser zu dem kommen im spiel noch dazu kurzen sache das sind es rein zur ankündigung also ist da sollte man jetzt nicht erwartungen an das hauptspiel setzen bin gespannt was der sie so bringt laptop geil wir kennen das mit updates ich habe kein irgendwie wie ist es open house so ein bisschen so weit zumindest von von diesem oberen stockwerk bad so leicht aus wie das haus in ich weiß es ist open house ich weiß weiß es eine immobilien haus da no signal doll an soll ich jetzt hat criminal minds anschauen oder medical detectives jetzt bin ich ja es ist nacht was hat es verraten die dunkelheit wer sich da das musste mir erklären sieben nach richtig leckere lasagne aus das meister ich kann die dose nicht nehmen toll ja wo ist claire claire das auto ist da also okay sie haben auf jeden fall zwei autos das ist gut bücher über bücher geschichte von deutschland sehr schön sehr gut ja kreaturen der see die sind so kleine wie sagt man damals leseratten hat man sagt man das heutzutage noch wenn man viel wenn man viel liest ist auch nicht böse gemeint oder so der ist nicht da lalala das ist schade ach der wind wind weiter weiß ich mal was das himmlische kind hat der fernseher der röhr im fernseher oder auch noch mal ein kleiner muss man hier ja werden alte kiste da könnte ich jetzt ewig gucken wie das geht da habe ich eine kombination nicht das heißt wir müssen eine kombination finden das ist so als wenn du laserpoint da wenn du so keine ahnung ein laserpointer hast und die lichtkraft davon auf 1000 stelle ist das war hell was es wie war es wo was alter ist es laut hey sam hey claire woher bist du äh ich bin nicht nach Hause ja das ist das aber wo genau bist du ich kann dir das jetzt aber ich bin okay ich werde dich zurück nein 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 claire bitte warte wo wir mittlerweile der dinger ich oh hast du was sogar jetzt okay das mit dem handy ist eine geile idee ich habe jetzt ganz gedacht okay was mache ich jetzt eigentlich oh wir können raus wir können ja jetzt muss ganz also noch dunkler ist als vorher jetzt kommen wir raus also wart also habe ich es overthinkt das hier mit den kerzen und alles aber lass mich mal bei lassen wir kurz mal rauf gehen lol du bist natürlich jetzt wieder aus und wenn ich mache okay warte mal das mit dem smartphone ist eine geile sache ja ja warte mal steht da vielleicht irgendwas vielleicht für die kiste nee da steht nichts das wäre eine coole idee jetzt gewesen wieso flirtet er mit einer ach das war seine ex okay jetzt habe ich es verstanden das war seine ex ich glaube ich werde mal raus gehen weil ich werde glaube ich hier nichts finden was ich brauche deshalb gehen wir in die nacht oh ich kann wow ich kann wer ich kann sehr weit gehen ich kann ja ich kann ich kann mir ein bisschen ich kann bis im garten rumrennen woody wo was bringt das mir wenn ich hier rum renne ich bin irgendwie ja überfordert will ich es nicht sagen aber ich habe jetzt ehrlich gesagt null ahnung was ich tun soll Da war irgendwas mit dem Tresor. Soweit habe ich das gepeilt. Und da steht... Warte mal, ich probiere mal 959. Halt. Nein. Oh, das ist... Ach so, okay. Ich habe schon gedacht, ich kann ja da... Das hat mehr als die drei Ziffern. Ich probiere jetzt echt mal 959 bei dem Tresor auch... Äh, bei der Kiste aus. Ja, ist immer noch 959. Also es hat sich nicht viel geändert. Ist es wirklich so, dass ich jetzt irgendwie durch die ganzen Räume durchmarschieren muss und dann passiert was? Und ich bin irgendwie lost. Ich bin mehr als lost. Warte mal, ich probiere das jetzt mal. Äh, neun. Warte, neun. Fünf. Neun. Ne. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich kann hier wieder anmachen. Bladida. Dass es wieder heller wird. Ich weiß aber, ob man das rausfindet, was man da machen kann. Hm. Ne, also irgendwie habe ich das Gefühl, äh, in den Nachrichten schickt gar nichts. Was? Was? Das habt ihr doch auch gehört, oder? Ja, ja. Da ist der, 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 der. Wups. Der Safe. Aber ich kann nichts beim Safe machen. Ich bin aber echt lost, ey. Da ist der Safe-Code. Wir haben, warte, 0, 1, 3, 2, 5, 7, 6, 3. Null. Null. Aber es hat nichts gebracht. Ich... Die Tür ist lockt. Ich muss Claire kenne. Dammit. Sie hat sie gestern verändert. Wie soll ich dieses riesige Nummer finden? Claire? Äh, ja? Why did you lock the door? I didn't lock the... Oh, no. Sam, you have to leave. You have to leave now. There's a speck in the wallet downstairs. Find it now. I don't understand. Just find the key. Wait. The safe. She put it in the safe. I need the combination. Claire? I need the combination. Oh, no. Uh, wait. The birthday of Lucas, Jack, and Margaret. Uh, the code is in the month of birth from Jack, Lucas, and Margaret in this order. Just tell me the... Claire? Uh, thanks. What was was? As good as... You know my voice right? But do you know my second voice? Well, don't panic. Look. I'm in the darkness. No. I am the darkness. What? You should just try to be with the lights, okay? Otherwise, before you see me. Was? Äh. Okay. Ah, okay. Da kann ich gerade nicht nachschauen. Hä? Why don't... Hä? Du bist tot. Äh, vor allem jetzt, dann lasse ich es hier erstmal mit dem Teaser gut sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt an die ganzen Sachen komme. Ich wollte euch jetzt nur einen kleinen Vorgeschmack geben auf, äh, Hi. Das wäre jetzt so ein Teaser. Ich so, er hätte wahrscheinlich im Licht bleiben sollen. Dann werde ich nicht angriffen oder entführt. Vor allem, der, äh, da hat von aus abgesperrt, auf einmal war er drin und irgendwie, und hat mich dann geholt. Also es kam kein, äh, Jumpscare, keine Schocker, keine Musik. Es kann sein, dass sich das in der Vollversion ändert. Ich meine, ich, sag mal so, ich mag, wie es harmlos anfängt. Nur ich habe jetzt keine Ahnung, jetzt hat, genau, wo ich was suchen soll. Was ich mir auch für die Vollversion hofft, dass vielleicht manchmal das Spiel dich ein bisschen verarscht mit Sounds und so, dass du meinst, da ist jetzt was und dabei ist da nichts. Ähm, vor allem, wenn du geschnappt wirst, dass ein bisschen am Meer kommt. Aber es ist nur ein Teaser, wie gesagt, es ist nur ein Teaser. Vollversion kann dann ganz anders sein, aber ich bin mal gespannt, wie die dann die Vollversion beherrscht. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.